Liebe Studierende, willkommen zum zweiten Video über das Prüfungsrecht des Bundespräsidenten. Nachdem wir uns zuletzt mit dem politischen und dem formellen Prüfungsrecht befasst haben, geht es in diesem Video um die viel umstrittenere und für die Klausurbearbeitung vielleicht noch bedeutendere Frage, ob der Bundespräsident auch ein materielles Prüfungsrecht hat. Ob er die Ausfertigung also wegen Verfassungswidrigkeit aus inhaltlichen Gründen verweigern darf. Dies sind alle Gründe jenseits von Zuständigkeit und Verfahren. Also zum Beispiel die Einhaltung von Staatsstrukturprinzipien, von Grundrechten, von Staatszielen und so weiter. Auch hier müssen wir uns dem Problem mit den klassischen juristischen Auslegungsmethoden nähern. Die Zutaten ihrer Untersuchung umfassen daher den Wortlaut des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Systematisch den Amtseid des Bundespräsidenten aus Artikel 56 Grundgesetz. Die Bindung an die verfassungsmäßige Ordnung aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. In historischer Sicht einen Vergleich mit dem Reichspräsidenten. Aus teleologischer Sicht das Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts und schließlich den Grundsatz der Gewaltenteilung aus Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Der Wortlaut des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz ist, wie wir schon gesehen haben, nicht eindeutig, weil er bereits die Frage, ob überhaupt ein Prüfungsrecht besteht, nicht eindeutig beantwortet. Nicht eindeutig ist er auch bei der Frage, ob dieses Prüfungsrecht nur ein formelles oder auch ein materieles sein darf. Dies hängt davon ab, wo man in der Vorschrift den Akzent legt. Liegt er auf Zustandegekommenen und damit vor allen Dingen auf Artikel 78 Grundgesetz, stützt der Wortlaut des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz eher das formelle Prüfungsrecht. Die Worte nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes können jedoch auch das gesamte Grundgesetz und damit auch seine materiellen Vorgaben bezeichnen. Dass auch das formelle Prüfungsrecht nicht auf Artikel 78 Grundgesetz beschränkt bleiben kann, sondern andere Vorschriften dieses Grundgesetzes mit umschließt, haben wir bereits gesehen. Die Wortlautbetrachtung führt also zu keinem eindeutigen Ergebnis. Kommen wir dann zur Systematik. Dass Sie auf den Amtseid des Bundespräsidenten aus Artikel 56 Grundgesetz eingehen, wird erwartet. Erwartet wird aber auch, dass Sie allein daraus kein materielles Prüfungsrecht ableiten, denn methodisch wäre das kaum vertretbar. Zwar bestimmt Artikel 56 Grundgesetz, dass der Bundespräsident das Grundgesetz zu wahren hat. Allerdings wirkt dieser Amtseid, den nach Artikel 64 Absatz 2 Grundgesetz übrigens auch der Bundeskanzler und die Bundesminister zu leisten haben, nicht kompetenzbegründend. Er gibt die Reichweite der sich aus dem Grundgesetz ergebenden Pflichten nicht vor, sondern setzt diese vielmehr voraus. Der Eid des Bundespräsidenten ist folglich vielmehr als feierliche Selbstverpflichtung auf die Rechte und Pflichten des Amtes zu verstehen. Wenn Sie in der Klausur glänzen wollen, schreiben Sie, der Amtseid wirkt promissorisch, nicht assertorisch. Als nächstes untersuchen wir die Historie. Ich habe im verfassungshistorischen Kontext zum formellen Prüfungsrecht bereits erwähnt, dass der Bundespräsident im Vergleich zum Reichspräsidenten mit dessen weitgehendem Prüfungsrecht aufgrund der negativen Erfahrungen in der Weimarer Republik eine schwächere Rolle im heutigen verfassungsrechtlichen Machtgefüge einnimmt. Im Gegensatz zum Reichspräsidenten in der Weimarer Republik bildet er kein Gewicht zum Parlament. Das Grundgesetz weist ihm eine überwiegend, aber nicht ausschließlich repräsentative Funktion zu. Kennen Sie bereits Normen des Grundgesetzes, die dem Bundespräsidenten eine eigene Entscheidungskompetenz einräumen? Richtig liegen Sie, wenn Sie zum Beispiel an Artikel 63 Absatz 4 Satz 3 denken oder an Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Vorschriften, in denen dem Bundespräsidenten eigene Entscheidungsgewalt eingeräumt ist. Dies könnte für ein materielles Prüfungsrecht und gegen eine allzu restriktive Auslegen des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 sprechen. Alles in allem aber muss festgestellt werden, die historische Analyse bringt für sich genommen kein eindeutiges Ergebnis hervor. Bei einer systematischen Analyse des Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 müssen auch Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz Beachtung finden. Demnach ist die Gesetzgebung an die Grundrechte und die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Diese Bindung verpflichtet alle am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten, keine verfassungswidrigen Vorlagen in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen bzw. keine verfassungswidrigen Gesetze zu beschließen. Ergo, zu jeder Zeit des Verfahrens müssen alle formellen und materiellen Voraussetzungen des Grundgesetzes beachtet werden. Konsequenterweise müssen diese Vorgaben dann auch für die Ausfertigung nach Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gelten, die ja schließlich Teil des Gesetzgebungsverfahrens ist. Es kann, kurz gesagt, nicht im Sinne des Rechtsstaatsprinzips liegen, dass der Bundespräsident verfassungswidrige Gesetze ausfertigen muss. Das ist schon ein Argument, das man auf dem Pluskonto des materiellen Prüfungsrechts verbuchen kann. Ein Einwand ist aber auch denkbar. Der Bundespräsident kann das Gesetz ja unter Hinweis auf seine Verfassungswidrigkeit ausfertigen. Er kann empfehlen oder sogar geradezu dazu auffordern, es der Normenkontrolle zu unterwerfen. Solche Fälle hat es in der Praxis auch schon gegeben. Man könnte argumentieren, dass der Bundespräsident damit die Balance zwischen Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz und den Rechten des Bundestags angemessen wahrt. In teleologischer, teils auch systematischer Sicht ist, wie schon beim formellen Prüfungsrecht, das Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts aus Artikel 93 und 100 Grundgesetz gegenüber Gesetzen ein gewichtiger möglicher Einwand gegen ein Recht des Bundespräsidenten, die Ausfertigung von Gesetzen zu verweigern. An dieser Stelle bietet sich auch nochmals eine kurze Rückblende auf die Weimarer Verfassung an. Der Staatsgerichtshof hatte damals kein Recht zur Normenkontrolle, was erklärt, warum der Reichspräsident vielfach als Hüter der Verfassung erscheinen musste. Da nach der Ausfertigung eines Gesetzes keine Verfassungsgerichtskontrolle mehr erfolgte, lag es nahe, in der Ausfertigung das Attest der Verfassungskonformität zu sehen und konsequenterweise dem Reichspräsidenten das Recht einzuräumen, sie auch zu überprüfen. Diese Notwendigkeit ist unter dem Grundgesetz aber entfallen, da das Bundesverfassungsgericht Gesetze umfassend und in unterschiedlichen Verfahren auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen kann. Hier haben wir also ein Ergebnis, das sich eher auf dem Minuskonto des materiellen Prüfungsrechts niederschlägt. Man kann dem aber auch Argumente entgegenhalten, die auf Neutralisierung dieses Minus gerichtet sind. Jede Prüfung durch den Bundespräsidenten ist vorläufig, denn sie kann im Organstreitverfahren vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden, dass dann die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes inzident überprüft. Dagegen kann man wieder einwenden, dass das mit dem Organstreit inzident überprüfte Gesetz nicht das gleiche ist wie das, was mit der Normenkontrolle geprüft würde. Denn das Gesetz ist ja nicht in der Welt. Der Bundespräsident hat es daran gehindert. In der Praxis wird auch aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten von einem Organstreit gegen ihn eher abgesehen. Was bedeutet, dass der Organstreit sich im Ergebnis als weniger wirkungsvolles Instrument darstellt als eine Normenkontrolle? Die Waagschale bleibt in diesem Punkt, also zu Lasten des materiellen Prüfungsrechts, geneigt. Auf der teleologischen Betrachtungsebene kann noch der Grundsatz der Gewaltenteilung und Verschränkung aus Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Absatz 3 angeführt werden. Der Bundespräsident lässt sich nach der Ausgestaltung seines Amtes nicht einer der drei klassischen Gewalten zuordnen. Dementsprechend ist er auch nicht Teil der Legislative. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass der Bundespräsident ganz außerhalb des Systems rechtsstaatlicher Kontrolle stehe. Artikel 78 Grundgesetz zeigt, wie stark das Gesetzgebungsverfahren vom Gedanken wechselseitiger institutioneller Kontrolle durchdrungen ist. Sie bleibt auch nicht auf die eigentlichen Gesetzgebungsorgane beschränkt. Denken Sie nur an das Initiativrecht nach Artikel 76 Grundgesetz. Auch Artikel 82 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz kann als ein solcher Kontrollhebel verstanden werden. Prinzipiell ein Argument für das materielle Prüfungsrecht. Ein Teil des Schrifttums will das materielle Prüfungsrecht jedenfalls begrenzen. Dafür spricht, dass der Gesetzgebungswille des Parlaments durch eine Ausfertigungsverweigerung in empfindlicher Weise betroffen ist. Die Verweigerung betrifft immer das Gesetz als Ganzes und beschränkt sich nicht auf einzelne Vorschriften, welche die Verfassungswidrigkeit möglicherweise auslösen. Ein Gesetz, das nicht ausgefertigt worden ist, ist definitiv gescheitert. Sofern die Ausfertigung nicht durch einen Organstreit erzwungen wird, was in der Verfassungspraxis bisher nie geschehen ist. Soweit die bisherigen Bundespräsidenten ein Prüfungsrecht wahrgenommen haben, ist der Bundestag dagegen aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten nicht vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Die vermittelnde Lösung besteht darin, dem Bundespräsidenten ein materielles Prüfungsrecht nur für evidente Verfassungsverstöße zuzusprechen. Er soll die Ausfertigung nur im Fall eines offensichtlichen und zweifelsfreien Verfassungsverstoßes verweigern dürfen. Das Kriterium der Evidenz erscheint allerdings seinerseits problematisch. Erstens begegnet die Abgrenzung der Begriffe evident, offensichtlich und zweifelsfrei, doch Schwierigkeiten. Zweitens steht die Evidenz des Verstoßes nicht von vornherein fest, sondern ist vielmehr das Ergebnis einer Prüfung. Sie kann nicht Voraussetzung und Ergebnis zugleich sein. Drittens, auf wessen Verständnishorizont ist für die Evidenz eigentlich abzustellen? Auf den Amtsinhaber und sein Rechtswissen? Auf einen idealtypischen Bundespräsidenten? Auf einen rechtskundigen Bundespräsidenten? Auf einen juristisch gut beratenen Bundespräsidenten? Denn juristische Berater wird er ja haben. Versteht man die Evidenzkontrolle in dem Sinne, dass dem Gesetz die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben sein muss, dann droht das materielle Prüfungsrecht leer zu laufen. Denn ein solches wird vom Bundestag ohne dies kaum jemals verabschiedet werden. Sie müssen in der Klausur darlegen, ob Sie sich dem Evidenzvorbehalt anschließen wollen oder nicht. Ihr Ergebnis kann dann lauten, dass der Bundespräsident ein umfassendes materielles Prüfungsrecht hat oder dass er es nur in Evidenzfällen hat oder dass er es eben auch gar nicht hat. Wenn Sie neben der materiellen Verfassungswidrigkeit auch eine Evidenz des Verstoßes für notwendig halten, dann müssen Sie die auch prüfen. Und ist die Verfassungswidrigkeit nicht evident, so hat der Bundespräsident insoweit die Ausfertigung zu Unrecht verweigert. Der Bundestag wäre dann in seinen Rechten verletzt, obwohl er ein verfassungswidriges Gesetz erlassen hat. Die Untersuchung zeigt, dass es zahlreiche Pro- und Kontraargumente gibt, die einen Streitentscheid in der Klausur durchaus anspruchsvoll gestalten. Auch die Zuordnung der Argumente zu den unterschiedlichen Auslegungsmethoden ist anspruchsvoll. Dieses Video hat nur die Frage behandelt, ob der Bundespräsident ein Prüfungsrecht hat. Der andere Teil Ihres Gutachtens in der Klausur besteht dann in der Prüfung, ob er es im Einzelfall ordnungsgemäß wahrgenommen hat. Ob der gerügte Verfassungsverstoß also wirklich bestand. Sie können sich prinzipiell für oder gegen Prüfungsrechte entscheiden. Wichtig ist nur, dass Sie gute Argumente für Ihre Position anführen. Berücksichtigen Sie aber immer auch die Fallfrage in der Klausur. Ist sie erkennbar darauf gerichtet, dass Sie das Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen? Und ist dies nur Inzident über die Annahme eines Prüfungsrechts möglich? Beachten Sie bei der Formulierung Ihres Gesamtergebnisses, nämlich ob der Organstreitantrag begründet ist. Möglicherweise hat der Bundespräsident im Klausurfall die Ausfertigung aus mehreren und unterschiedlichen Gründen verweigert. Zieht einer von Ihnen nicht, weil kein solches Prüfungsrecht besteht oder weil das Gesetz den attestierten Mangel gar nicht aufweist? Zieht ein anderer aber schon? Dann kann das Ergebnis nicht lauten, dass die Verweigerung der Ausfertigung verfassungswidrig war. Vor einem verbreiteten Fehler im Zusammenhang mit Prüfungsrechten des Präsidenten will ich Sie schließlich noch warnen. Prüfen Sie bitte nichts, auf das es nicht ankommt. Wenn beispielsweise das Gesetz materiell in Ordnung ist und der Bundespräsident kein materielles, sondern nur ein formelles Prüfungsrecht beansprucht, dann ist auch nur auf dieses einzugehen. Bringt er keine politischen Einwände vor, dann ist es nicht nur überflüssig, sondern methodisch falsch zu erläutern, warum ihm kein politisches Prüfungsrecht zusteht. Das war nun wirklich eine ganze Menge Wissen zum Prüfungsrecht des Bundespräsidenten. Ich fasse deshalb noch einmal zusammen. Der Streit um die Prüfungskompetenz ist prozessual in ein Organstreitverfahren eingekleidet. In der Klausur ist stets darauf zu achten, aus welchem Grund oder aus welchen Gründen der Bundespräsident die Ausfertigung verweigert. Dem Bundespräsidenten steht kein politisches Prüfungsrecht zu. Und dem Bundespräsidenten kann mit entsprechender Argumentation ein formelles und auch ein materielles Prüfungsrecht zuerkannt werden. Das war das zweite Video zum Prüfungsrecht des Bundespräsidenten und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Weiterhin viel Erfolg und bis bald wieder. Das war das zweite Video zum Prüfungsrecht des Bundespräsidenten. Das war das zweite Video zum Prüfungsrecht des Bundespräsidenten.